Herzlich willkommen zurück in einer neuen Aufnahme-Session. Die wird heute nicht so lange sein. Es ist schon recht spät, ich muss morgen arbeiten. Ist halt so, ne, gut. So, wir waren beim Ausbau. Ausbau, Ausbau. TNT kann also weg, Goldblöcke. Braucht auch keiner. Lava, Gras, nö. Wir wollen allerdings, ich möchte Treppenstufen. Ich möchte Gravel, oh Gott. Cobblestone. Vielleicht ein paar Blümchen. Ein paar Blümchen. Die nehme ich. Warte, wir müssen das Ding hier auch noch wegreißen, ne? Wir müssen hier eine Brücke überbauen. Guck mal, wo habe ich den Eingang eigentlich? Bei Ausgang und Eingang. Warte, warte, hier. Oh, gerade drauf zu. Das ist natürlich schön. Das wusste ich. Haben wir das schon so geplant? Habe ich das gesagt, dass es eine gute Idee ist? ein bisschen breit fast macht nichts so wo ich weiß was noch fehlt es sind ganz normal die stone bricks haben wir auch irgendwo hier stone bricks so und ich brauche noch stone brick slabs so so no fehler das nein so so sieht das so aus wenn ich dann kann man machen ist okay wir bauen da dann noch oben durch oder machen das oben kaputt ich mache schon wieder außen ich wollte das haus bauen shame on me shame on me da müssen wir andere sachen draufsetzen zum beispiel stone slabs oder ähnliches stone slabs müssen wir irgendwie nochmal mit der beleuchtung gucken was denn sinn macht so so ungefähr so ungefähr damit das auch alles ähnlich aussieht hier und das wetterspiel wieder ist jetzt mal alles falsch geschrieben und dennoch was Oh, was zur Hölle? Was soll ich machen? Achso, okay. Hä? Nee, irgendwas stimmt wieder nicht. Okay, warte. So. Nein, das war hier... Ich geh auch nix auf die Reihe hier. Spät am Abend, tut mir leid. Slaps. Und so passieren Fehler. Dann kann ich nämlich in die Mitte... In die Mitte kann ich dann Beleuchtung bauen. Da fehlt, glaube ich, noch eine Treppe... Stufenstufe. Zwei Treppenstufen, so. Zack. So. Ähm. Ja, das passt schon irgendwie. Boah. Pouplestone Slaps, wenn vielleicht auch. Wir wollen hier was draufbauen, ne? Egal. So können wir es mal haben. Ähm. Ähm. Das wäre mir irgendwie noch nicht so. Wir haben ja noch Zeit. Das eilt ja jetzt nicht. Aber ich hätte Sachen schon gleich gerne schön erledigt. Wir bauen natürlich alles wieder im ähnlichen Stil, wie wir schon gebaut haben. Dunkles Holz und Kabelsdawn, jetzt in dem Fall natürlich auch helles Holz hier. So. 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 Eigentlich muss ich die Reihe auch noch machen. Nur aus Prinzip jetzt. Türschwelle aus dunklem Holz. Ich glaube, wir brauchen an sich überhaupt gar nicht so viel Kram hier. Also ich meine jetzt auch so breit. Problem ist dann ja, wir brauchen ja eine Menge Türen eigentlich. Ich glaube nicht. Ach vier. Vier sind auch unten. Geruch. 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 Ist gut. Ist gut. so viel dazu. So. So. Mehr so. So. Einmal komplett rum. Natürlich ein bisschen blöd. Aber was wir irgendwo machen. Was wir irgendwo machen. Wenn das so aussehen soll, wie ich meine, dann müssen wir das so machen. Ende der Durchsage. Können wir die Eckpunkte schon mal hochsetzen, damit wir uns sicher sind, dass wir auch nicht einen Block vorher aufhören oder so. 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 so eine könnte hier fehlt noch eine ecke ist auch fertig als standard ist standard ist schön wir können es auch gerne so beibehalten dass wir halt sachen schlicht halten muss man muss nicht immer 100 prozent hier geben muss man nicht machen man kann es man muss es aber nicht also so wir werden auch noch mehr gänge zu den seiten oder so bauen das ist jetzt nicht das thema ruch ruch ist wieder tag frühe morgen so ein heifischbecken oder so rein die zeige nein glaube nicht so Oh, Gott. Wird das wirklich ein Haus oder was anderes? Ich weiß, das sollte nur ein Haus werden. Mit neuem Lager und allem, aber... Wo ich das so sehe, könnte es auch was anderes werden. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Aber es könnte was anderes werden. Ich glaube, ich gehe nochmal... Wonach sieht das denn aus? Was könnte sowas sein? Das sieht nach einem U-Bahn-System aus, oder? Wie so ein schlechter Bahnhof hier. Man kommt hier an, so muss durch mehrere Türen hier durch. Sieht gar nicht mal so hübsch aus. Ich will noch eine U-Bahn hier bauen. Eine richtig schöne U-Bahn. Also was gut aussieht, so. Und dann bauen wir unsere Lager weiter woanders hin. Und allem, was dazu gehört. Dann machen wir es auch ein bisschen hässlicher. Also, wie bei vielen Anhöfen, eher kleineren Gemeinden. Sehr hässlich und schlicht gehalten. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so... Ach komm. Ich glaube, wir müssen das Wetter nochmal... Äh, hier die Zeit nochmal richtig packen. So. Ganz zum Boden will ich auch nicht. So. Musik wieder abrupt weg hier.